Herzlich Willkommen an Freunde. Ja, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich weiß, ich habe versprochen, dass im Dezember jeden Tag ein Video kommt, aber daraus habe ich auch was gelernt. Also eigentlich schon von dem ganzen Tag habe ich was, äh, ein ganzes Jahr, ich mache ja jetzt schon fast ein Jahr lang, nicht ganz aktiv YouTube, aber zumindest ein bisschen. Und wir spielen Survival Games auf jeden Fall. Und ich werde jetzt auch nie wieder mehr was versprechen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, jetzt im Vergehen, jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ähm, der Grund dafür ist eigentlich recht klar, wie eigentlich immer. Ähm, wir spielen auf der Map Liebertas. Der Grund war, äh, ist, oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, tut mir leid. Äh, ich möchte mal eben hier irgendwo in Sicherheit kommen. Kisten. Äh, was wollte ich sagen, was wollte ich sagen? Achso, der Grund. Ja, das war einfach stressig. Weihnachtszeit, Arbeiten. Als Kellner hat man da ein bisschen mehr zu tun, wegen den ganzen Weihnachtsfeiern und sowas. Und dann noch Schule. Die letzten paar Wochen haben wir sau viele Arbeiten geschrieben, Klausuren. Und ja, aber jetzt, jetzt habe ich wieder Zeit. Zumindest das, äh, zumindest über... Okay, der hat ein Steinschwert. Ich habe verloren. Naja, egal. Ähm, außerdem, ich habe einen neuen Skin. Den werde ich euch gleich zeigen. Und zwar in der nächsten Runde. Ähm, ja, wir spielen hier das Survival Games Update 2. Und, wie ihr seht, der Timer geht jetzt sehr, sehr schnell. Und es gibt auch, glaube ich, 13 neue Maps, soweit ich weiß. Followern zum Beispiel... Würde ich ganz gerne sehen. Ich bin gespannt. Die Kisten sehen jetzt so aus. Suppliquate, Backpack, Rucksack. Oh, Rucksäcke gibt's. Geil. Ähm... Oh, schön. Ja, und dann jeden Tag. Also, ich hatte den Vorsatz gemacht, dass ich zwei Monate jeden Tag schwimmen gehe. Den habe ich fast eingehalten. Ich bin tatsächlich jeden Tag, mh, zwei Stunden schwimmen gegangen. Äh, außer Sonntag. Sonntag hatte ich halt wirklich eine Ruhephase. Weil einen Tag Ruhe brauche ich dann doch mal, wo ich gar nichts mache. Auch wenn ich Sonntag dann meistens so noch arbeiten musste. Ähm, naja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jeden zweiten Tag muss ich meine Fingernägel abschneiden. Jeden zweiten Tag? Das kann es doch nicht sein, oder? Also, ich weiß nicht. Vielleicht hat das ja auch mal jemand bei euch gemacht. Dass ihr wirklich gesagt habt, dass ihr ein paar Tage einfach mal... Ähm... Hier, Dings... Schwimmen geht. Weil das fand ich echt seltsam. Ähm, ich muss echt jeden zweiten Tag diese Scheiße abschneiden. Ist richtig nervig. Weil ich habe mir auch vorgenommen, dass ich das nicht mehr, ähm, abknabbern werde. Ja, das verschreckt nicht. Naja. Auf jeden Fall, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, jeden Tag schwimmen zu gehen. Das macht einerseits total viel Spaß. Natürlich kann man nicht jedes Mal irgendwie Freunde mitnehmen. Ähm, ich habe mir auch so eine Dauerkarte gekauft, dass ich für einen Monat, ähm, äh, 70 Euro, glaube ich, bezahlt habe. Und dafür kann ich so viel schwimmen gehen, wie ich möchte. Das fand ich eigentlich recht gut. Ja, das haut eigentlich wirklich hin. Äh, was steht da? Oh, 1.8 Damage. Wupp! Wupp, 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 wupp. Ach, den habe ich aber. Den habe ich doch locker, oder? Komm, bitte. Wupp. Okay. Nee, bleib stehen. Och nee, bitte nicht. Ich will deinen Kill haben. So, nice. Den habe ich. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, Mann, ey. Dass das, äh, Hive immer noch nicht gemacht hat, dass man die Kiste nicht mit Waffen öffnen kann. Ja, habe ich eigentlich das alles erzählt, ne? Was ich erzählen wollte, glaube ich. Ja. Na, wie gesagt, Entschuldigung nochmal, dass kein Video es kam. Ja, aber jetzt ändert sich das ein bisschen. Ich möchte auf jeden Fall, also mir macht es auch wirklich noch Spaß hier, äh, hier zu spielen. Vor allem jetzt dieses Update. Das finde ich super für Survival Games. Ähm, oh, nur noch 13 Spieler. Und ja, ne? Macht das hier schon Spaß. Und ich spare jetzt erstmal auf den neuen, ähm, Rechner. Ähm, ja. Ah, da ist jemand mit einer Eisenhüste. Oh mein Gott, jetzt hat er mich gehört, oder? Hat er mich gehört? Ja, hat er mich. Der hat mich gehört. Ach, der hat aber nichts. Hä? War hinter mir einer? Ich weiß es nicht. Okay. Ich lauf mal weg. Läuft jemand hinter mir her? Ne. Geh ich mal da gucken, was wir da haben. So. Kurz hier. Bisschen Ruhe. Ruhephase. Oh, falls er jetzt zu mir kommen sollte. Schaue ich den ab? Ne. Ich glaube nicht. Ähm. Ja. Adventskalender lasse ich mal lieber sein, ja. Weil ich verspreche jetzt wirklich gar nichts mehr. Das habe ich echt gelernt in den letzten Monaten. Dass man nichts versprechen sollte, was man nicht einhalten kann. Jo. Ne. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz allzu gekränkt. Ich weiß auch nicht, ob ich Pokémon weiterbringen möchte. Das Spiel macht mir zwar riesen Spaß, aber... Der Sound war in ein paar Folgen verbuggt. Ja. Ach man. So wie in der letzten Adventskalender-Folge. Fand ich ein bisschen traurig, dass das genau da passiert ist. Naja. Die Kissen sind echt lustig. Ach, da ist jemand. Da ist jemand. Naki. Naki. Naki dai. Naki dai. Naki dai. Okay. Tod. Tod mit dir. So. Den habe ich. Was? Achso. Ich dachte, ich hätte irgendeinen Archivement erreicht. Okay, dann nicht. So. Hier ist noch ein Hündchen. Zwei Kills. Boah. Habe ich automatisch springen an? Nein. Gut so. Habe ich gerade ausgemacht, ne? Ja. Ich habe schon wieder vergessen. So. Noch sechs Spieler. Hier war bestimmt schon niemand dran. Knochen nehme ich trotzdem mal mit. Und Essen. Kompass wäre ganz nice. Oh, ich habe eine Werkbank. Habe ich denn? Ne, ich habe keinen Sticks. Ich habe gar nichts. Okay. Hat sich erledigt. Ähm. Ja. Wo dran erkenne ich jetzt, wo die sind? Da wäre noch eine Kiste. Mal gucken, ob da noch was... Oh. 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 Dankeschön. Ja. Ah ja. Ich habe einen neuen Skin. Dann zeige ich euch gleich. Sorry. Habe ich vergessen. Oder sieht man den schon? Na ja. Ich möchte die Haare auf jeden Fall noch blond machen. Weil ich bin ja in der Realität blond. Und ich glaube, blaue Augen mache ich mir auch noch. Obwohl. Die Tränen, die sind schon blau genug. Ja. Lass ich mal so. Ah. Hoppi, hoppi. Hier oben ist auch nichts. Nur eine schöne Aussicht. Oh. Es wird Nacht. Uh. Wäre cool, wenn da nicht so Mobs kämen würden. Würden oder so. Leder. Ja. Wieso sollte man Leder hier auch mitnehmen, ne? Bücher, Regale, Craften? Ah. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ist aber echt eine schöne Map. Bin zwar nicht so der Fan von so... Realität... Äh. Neumodischen Zeugs. Aber ich würde natürlich auch in der Realität in sowas leben. Als in altmodischen Zeugs. Wo man... Ähm. Wo es kalt ist. Wo man keine Wärme empfindet. Auch wenn ich Kälte liebe. Kälte ist schon toll. Ich friere lieber als... Zu schwitzen. Okay. Ich schmeiß mal den Müll hier jetzt einfach mal weg. Ach. Ich hab ja einen Bogen. Oh. Das wusste ich nicht. Ha. Okay. Äh. Die Feili fliegen ja in der 1.10 und so weiter ja auch anders, ne? Dann kann ich die schmeißen. Nein. Dann schmeiß ich dich mal da hin. So. Kompass. Ich hätte ganz keinen Kompass. Ich weiß hier nicht, wo der Enchantment Table ist. Deswegen kann ich nicht enchanten. Mann, Mann, Mann. Oh, der Hose ist super. Hopp. So. Oben ist auch noch ne Kiste. Kann ich da hin? Äh. Muss ich wirklich da hochlaufen? Hab ich eigentlich... Keine Lust zu. Aber komm. Fahren wir doch mal Achterbahn hier. Macht bestimmt Spaß. Und hier sieht mich bestimmt niemand. Komm, einer muss noch sterben. Einer muss noch von uns gehen. Können wir hier eine Abkürzung gehen? Hopp. So. Zwei Devil, ey. Und ich weiß nicht, wo der Enchant heißt. Hier sind aber echt viele Kühe, ne? Bewegen die sich nicht? Können die sich nicht bewegen? Also außer drehen. Das ist ja. Deathmatch Countdown. Achso, okay. Ich dachte gerade so. Hä? Hab doch nichts gemacht. Ey, vielleicht ist da Mitte einer. Das kann natürlich sein. Oh Gott, wo ist denn die Mitte hier? Oh, schon wieder. Also hier gibt es echt viele Zauberflaschen. Das finde ich gut. So, dann nehme ich dich mal mit hier. Ah, da ist die Mitte, ne? Oder? Ne, das ist ein Riesenart. Das ist glaube ich nicht die Mitte. Ne. Schade. Schade, schade. Auf der Titanic oder so. Und ne, mein Enchant ist weg. Ja, geil. Okay. Hühnchen, stirb. Stirb, bitte. So, die Frage ist, soll ich mich nur weiter bewegen oder einfach stehen bleiben? So. Oh, da drin sieht es gefährlich aus. Aber, okay. Ach, nur noch drei Spieler. Das ist natürlich gut. So, essen. Ab. Jam, 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 jam. Und, oh, auch eine neue Deathmatch Arena, ne? Oh Gott, der hat einen Enchanter. Scheiße. Der hat keinen Enchanter, sondern ein verzaubertes Schwert und ich werde das nicht schaffen. Das war mir irgendwie klar. Ja. Ja, ja. Okay, zwei. Oh, das ist auch cool hier gemacht. Crates, 25. Was heißt Crates? Heißt das Spieler? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht die geil aus. Sieht doch richtig geil aus. So, halb. Alter. Oh mein Gott. Sieht doch richtig nice aus. Das finde ich irgendwie cool. Ist das hier unten auch ein Logo? Jo. Ach, das ist auch eine Biene. Okay. So. Ähm, ich sehe jetzt so aus fürs Erste. Wegen Weihnachten. Haare werden noch blond. Und im Frühling kommt dann ein anderes Logo hier vorne. Yeah. Oder einen neuen Kopf wieder. Oben drauf. Das wäre auch cool. Na. Ja. Das war es mit Survival Games. Neues Update auf The Hive. Und wir sehen uns dann. Ähm. Die Tage wieder. Es kann morgen sein. Es kann auch übermorgen sein. Ich weiß es noch nicht. Jo. Bis dann. Euer Kamito. Und ciao.